Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Weimar war lustig. Weimar war die Möglichkeit. Es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass in diesem vom Krieg geschädigten Land eine so stark ausstrahlende Filmproduktion stattfinden konnte. Die Leinwand wird zum kollektiven Denken einer ganzen Nation. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Wer weiß denn, wie sie mir aussieht?